Guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Mittwochsvideo Zahlen, Daten, Fakten und heute werden wir uns mal ganz besonders viele Charts bzw. Grafiken anschauen, denn nach dem jüngsten Einbruch am Kryptomarkt haben ja einige Leute durchaus jetzt die Angst, dass es wieder bergab geht. Ich will euch heute mal einige Charts zeigen, wo wir mal zwei, drei Schritte zurückgehen und alles schaut richtig gut aus. Ich bin richtig motiviert und diese Woche ist super spannend, nicht nur heute mit der US-Notenbank, die mal wieder über den Leitzins entscheidet, sondern diese Woche beginnt auch eine ganz besondere Partnerschaft hier auf dem Kanal. Mehr dazu gibt es ab morgen. Morgen bin ich auch live in einem Space bei Twitter zu sehen. Falls ihr also Lust habt, schaut gerne vorbei. Ich werde den Link dazu morgen nochmal verschicken. Ansonsten gibt es sehr zeitnah weitere Informationen für euch. Ja Freunde, fangen wir doch am besten mal an mit der Notenbank. Die entscheidet nämlich heute mal wieder über den Leitzins und es gibt schon diverse Gerüchte und man munkelt, dass jetzt auf jeden Fall mal mindestens auf die Bremse getreten wird, vielleicht sogar darüber nachgedacht wird, den Zinssatz tatsächlich mal wieder zu reduzieren. Das Problem ist nur, die Inflation läuft weiter und weiter und weiter und dementsprechend ist es gar nicht so einfach. Wir sind also sehr gespannt, was heute passiert. Insgesamt sind die Prognosen relativ positiv, wenn man das so nennen mag. Also alle gehen eigentlich davon aus, dass es keine Erhöhung gibt, sondern zumindest einmal ein Bleiben des Zinssatzes, wenn nicht sogar eine Reduktion oder zumindest die Vorankündigung dafür, dass es so kommt. Naja, wir werden mal abwarten. Was auf jeden Fall positiv ist, ist die Zahl der offenen Stellen, die zurückgegangen ist in den USA. Gute Nachrichten für die FED sind, dass in den USA die Zahl der offenen Stellen zurückgegangen ist. Das hat zur Folge, dass Unternehmen weniger verzweifelt nach neuen Mitarbeitern suchen und weniger Druck verspüren, die Löhne zu erhöhen, denn dies wiederum könnte die Inflation durch eine Lohnpreisspirale in die Höhe treiben. Die Notenbank will das unbedingt vermeiden und setzt darauf, dass sich der Arbeitsmarkt etwas abkühlt. Außerdem zahlen natürlich diejenigen, die arbeiten, auch dementsprechend steuern und alles in allem ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass möglichst wenig offene Stellen am Markt sind. Aber gut, wir werden das weiter mal im Auge behalten. Ich glaube, heute ab 19.30 Uhr unserer Zeit gibt es die Pressekonferenz. Wenn ihr so Bock darauf habt, gebt es euch sehr gerne. Ansonsten unterrichte ich euch natürlich gern bei Twitter über das Ergebnis der Leitzinsgeschichte. Ja, Freunde, die letzten Tage waren gar nicht so einfach, denn Bitcoin hat tatsächlich nach einem unglaublich coolen Pump, ja eigentlich schon wieder sehr viel davon verloren, waren schon in der Region 44.000 beim letzten Video, jetzt wieder über 41.000, kurzweilig sogar drunter. Und einige haben jetzt die Sorge, ob es vielleicht in diesem Jahr schon gewesen sein mag. Und dementsprechend werde ich mit euch gleich mal einen kurzen Blick auf den Chart werfen. Danach gucken wir uns ein, zwei News an und dann springen wir direkt mal in die doch sehr positiven Grafiken und die werden euch top motivieren, glaubt mir. Also, hier sehen wir erstmal, die Mondphase hat mal wieder hervorragend ausgespielt. Ich hatte euch ja schon gesagt, plus minus fünf Tage, kennen wir ja bereits, ist immer so der Bereich, wo wir damit rechnen dürfen, dass der Höhe oder Tiefpunkt erreicht wird. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass es diesmal relativ gut ausgespielt hat. Direkt zum Neumond gab es dann auch den Abverkauf, das heißt, wir hatten mal wieder einen hervorragenden Indikator, um einigermaßen gut unsere Einkäufe zu timen oder auch die Verkäufe zu timen. Alles in einem läuft sowieso ziemlich gut momentan, insbesondere was die ganze Thematik um BRC20, Ordinals, SRC20 und so weiter angeht, also ganz neue Standards, Inscriptions bei Bitcoin, aber auch bei vielen anderen Chains. Falls du auf diese exotischen Themen Bock hast, bist du herzlich eingeladen bei Patreon. Da beschäftigen wir uns als Krypto-Elite insbesondere mit solchen speziellen Themen, gucken uns an, wo gibt es Möglichkeiten, auch mal unabhängig von den Top-Playern am Markt, die sowieso ihre Performance machen. Gibt es hier vielleicht nochmal ein paar Chancen am Markt, wo man seinen Angel nochmal auswerfen kann und ja, falls du Bock drauf hast, kommt doch gerne vorbei. Ansonsten bin ich persönlich nach wie vor sehr positiv gestimmt. Ich habe euch hier mal die sehr wichtige Unterstützungszone eingezeichnet, hier in Orange, denn wir hatten schon lange das 40.000er-Niveau nicht mehr. Da müssen wir schon weit in die Vergangenheit gehen und da sind wir dann ungefähr hier so im April 2022, wenn wir noch weiter gehen, sogar schon im Januar, beziehungsweise sogar im Juli 2021. Wir sehen überall dort auf dem Niveau von 40.000 eine gute Widerstands-, aber vor allem auch Supportzone und ich denke mal, von daher werden die 40.000, die ich beim letzten Video auch ankündigte, dass sie auf keinen Fall fallen dürfen, sondern eher von da aus dann vielleicht der Weg zur 50.000er-Marke geht. Da steht auf jeden Fall noch, ich denke, wir werden maximal in die Region 40.000 korrigieren, vermutlich noch nicht mal bis dahin, aber das sollten wir zumindest im Hinterkopf behalten. Sollten wir da durchbrechen, ja, dann müssen die Uhr neu gestellt werden, dann müssen wir uns mal anschauen, wie wir dann weiter agieren. Aber das ist jetzt erstmal nur mal rein auf Tageschart-Ebene eigentlich ein guter Bereich, den wir uns im Kopf behalten können. 40.000 muss halten und ich denke, bis zum Jahresende sehen wir bestimmt noch mal zumindest mal den Versuch in Richtung 50.000. Zwei kurze News, zum einen bin ich immer wieder mit den Augen auf Coinbase und auf deren Base-Plattform, ja, auf dem Second Layer von Ethereum. Ich bin der Meinung, schaut euch das Ding unbedingt an, hat großes Potenzial als eine der Hauptlösungen im Second Layer-Bereich. Und von daher verwundert mich auch nicht, dass sie jetzt bereits schon mit Tokenisierung arbeiten und an dem Project Diamond entwickelt Coinbase eine eigene Plattform, auf der institutionelle Anleger reale Vermögenswerte handeln können. Merkt ihr, Freunde, die Einschläge kommen in immer kürzeren Abständen. Es wird immer mehr im institutionellen Bereich über die Tokenisierung, um das Verwalten von Vermögenswerten, beziehungsweise die Tokenisierung von realen Vermögenswerten gesprochen. Also, beschäftigt euch unbedingt mit der Thematik, denn ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannendes Thema werden und noch hat man die Möglichkeit, sich wirklich gut aufzustellen. Die Basis dafür bildet das hauseigene Ethereum-Skalierungsnetzwerk Base, wie Coinbase an einer Pressemitteilung erklärt. Reguliert sei die Plattform ebenfalls seit Abu Dhabi, scheint jetzt so die neue Stelle zu sein für Regulierung. IOTA wurde ja auch bereits von denen reguliert, jetzt also auch Coinbase. Die Plattform steht registrierten institutionellen Nutzern außerhalb der USA zur Verfügung. Zu Testzwecken hat die Kryptobörse bereits eine auf den USDC-Stablecoin lautende Discount-Anleihe emittiert, heißt es weiter, eine Discount-Anleihe ist eine Anleihe, die unter ihrem Nennwert verkauft wird und bei Fälligkeit den vollen Nennwert zurückzahlt. Geht hier also um eine Testphase, Trial-and-Error-Phase und ich glaube, da kommt noch einiges ab und zu. Lass uns Coinbase regelmäßig im Auge behalten. Und hier vielleicht nur ganz kurz, auch in Deutschland tut sich ein bisschen was. Das deutsche Banktochter, DWS und Galaxy, da kommen wir auch später nochmal drauf zu, denn der CEO von Galaxy, Mike Novogratz, Kryptomilliardär, entschuldigt sich doch tatsächlich bei der XRP-Army für seine abfälligen Äußerungen in der Vergangenheit bezüglich Ripple und XRP. Dazu kommen wir aber im Laufe des Videos. Die arbeiten auf jeden Fall jetzt an einem Euro-Stablecoin. Die DWS, das Fondshaus der Deutschen Bank, plant die Gründung von AllUnity in Zusammenarbeit mit Flowtraders und Galaxy, das Investmentunternehmen von Mike Novogratz. Das Ziel, die Einführung eines vollständig besicherten Euro-denominierten Stablecoins zur Förderung der tokenisierten Ökonomie. Das bestätigte auch DWS gegenüber BTC Echo. Und AllUnity soll zudem die Markteinführung digitaler Vermögenswerte und der Tokenisierung beschleunigen. Auch da wieder, Freunde, wir erleben gerade in unserem Leben, wie wir aus einem analogen Zeitalter in ein digitales Zeitalter wechseln. Und damit meine ich nicht nur, dass die Zeitung jetzt auf einmal auf dem Bildschirm gelesen wird, sondern auch, dass Vermögenswerte, wie zum Beispiel sogar Häuser, die fest auf dem Boden stehen, in Zukunft zum Beispiel in Form eines Haustoken verkaufen, verschenkt, vererbt werden können. Das Ganze benötigt dann höchstwahrscheinlich kein Notar mehr, sondern wird über Plattformen und Smart Contracts abgebildet. Und wir sind wirklich in einer sehr, sehr, sehr spannenden Zeit. Ihr könnt mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, falls ihr schon länger dabei seid im Cryptospace. Was war so euer krassestes Erlebnis im Cryptospace? Habt ihr irgendwie eine Sache, wo ihr sagt, wow, bin ich richtig froh drum, dass ich das miterleben durfte? Meinetwegen so eine Geschichte wie, meine Freundin fand Hunde cool und hat damals Dogecoin gekauft, weil sie Hunde mag und hat mehr Profite gemacht als ich selbst, so ungefähr. Das ist zum Beispiel eine Story, die ich mal von einem von euch gehört habe. Ich muss sagen, es gibt wirklich so viele coole Geschichten. Und ganz ungeachtet der Kursentwicklung sind das auf jeden Fall mal richtig schöne Momente, wo man da selbst mitfühlt und mitschmunzelt. Aber vielleicht habt ihr eine geile Story, schreibt sie mir hier unten rein. Und ich komme jetzt mal mit euch zum Thema Beruhigung, denn natürlich ist man ein bisschen nervös, wenn Bitcoin mehrere Tage am Stück so ein bisschen negativ läuft. Aber wir haben hier mal ein paar Charts rausgeholt, die so ein bisschen zwei, drei, vier Schritte vom Chart zurückgehen. Und da sehen wir, dass alles noch gut ist. Wir haben diese Parabeln, nenne ich sie einfach mal, maximal getestet. Noch nicht einmal, aber maximal getestet. Es kann natürlich sein, dass wir einen weiteren Test folgen lassen. Aber auch da seht ihr, die 40.000er Marke sollte in keinem Fall fallen. Denn wenn die nachhaltig fällt, lege ich mich einfach fest, das war es denn in diesem Jahr. Das war es mit der Weihnachtsrally und dann war es das eben mit 44.000 als Höhepunkt in diesem Jahr. Auch diese Grafik zeigt das nochmal schön. Es kann natürlich sein, dass wir nochmal erneut korrigieren. Also ihr seht ja hier, wir haben den dort nicht ganz nach unten gebracht. Es kann natürlich sein, dass wir nochmal den Weg nach unten finden. Das löst er hier in dieser Grafik nochmal auf und zeigt, dass es eben auch ein Szenario wäre, dass wir also nochmal einen Lower Low setzen, also ein tieferes Low als sowieso schon. Aber er geht davon aus, dass wir spätestens dann eben an dem doch sehr starken 40.000er Level abprallen. Und das stimmt ja auch so ein bisschen mit meiner Prognose überein, die ich euch gegeben habe. Und hier ist nochmal eine schöne Grafik, die so gewisse Muster zeigt, die immer mal wieder aufkommen in dieser Vorphase des Bullruns. Oder er nennt es hier Pre-Halving Bullrun, also vor dem Halving die Bullenphase. Da sind wir genau jetzt und was auf jeden Fall festzuhalten ist, wenn wir der Vergangenheit glauben dürfen und sagen, die Geschichte wiederholt sich, dann dürfen wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir bereits die tiefsten Stände gesehen haben und alles, was jetzt noch kommt, nur gewisse Korrekturen sind mal ein bisschen deftiger, mal ein bisschen weniger deftig. Wir aber Woche für Woche, Monat für Monat eher die Tendenz nach oben sehen und auch neue Allzertruchs kommen meistens oder in der Regel immer nach dem Halving. Das heißt, das hier ist nur der Vorgeschmack. Und ich weiß, einige von euch können jetzt schon manchmal den Augen nicht trauen, wenn man sieht, wie schnell manchmal die Altcoins explodieren können. Aber Freunde, glaubt mir, das ist nur der Anfang. Und wenn ihr euch jetzt schon freut, dann könnt ihr euch... Und wenn ihr euch jetzt schon freut, dann freue ich mich, euch jetzt schon mal zu erzählen, dass es noch viel, viel krasser kommt. Ihr werdet teilweise nicht mal aufhören können, euer Portfolio zu aktualisieren, weil es eben extrem geil läuft und wir stehen kurz davor, dass wirklich mal wieder so eine wundervolle Phase kommt, die ich jedem Einzelnen von euch gönne. Also, falls du sie mir und den anderen auch gönnst, dann gib doch dem Video einfach mal ein Like. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr alle Bock drauf habt. Und ich motiviere direkt mal weiter. Auch hier sehen wir wieder gewisse Muster, die sich wiederholen. Es gibt also mal eine Phase, in der etwas länger eine Korrektur stattfindet. Aber das ist dann eigentlich auch so das letzte Mal, der letzte Shakeout. Und dann irgendwann, dann dümpeln wir so langsam zur Richtung Halving. Und nach dem Halving sehen wir dann die Anstiege. Also mehrere Analysen, mehrere Grafiken sagen eigentlich genau das Gleiche. Nun könnte man sagen, ja gut, wenn er einmal diese Meinung hat, wird er alle seine Grafiken darauf auslegen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Analysten, die ebenfalls das Ganze so ähnlich sehen. So sehen wir hier zum Beispiel eine Übersicht, die immer dreieinhalb Jahre in einem Fenster zusammenfasst. Und wir sehen, dass alle dreieinhalb Jahre einigermaßen gleiche Muster entstehen. Es gibt nämlich immer eine gewisse Seitwärtsphase, meistens nach dem Halving. Und dann gibt es eben eine ganz, ganz krasse Anstiegsphase, ja fast schon parabolisch. Und genau diese parabolische Anstiegsphase sehen wir hier, sehen wir dort, sehen wir dort und werden wir auch dort sehen. Welcher Monat es genau sein wird, da bin ich mal gespannt. Aber dass wir neue Allzeithoch setzen und dass das neue Allzeithoch deutlich höher sein wird als das davor, davon gehe ich aus. Und von daher unterschreibe ich auch die 220k-Prognose. Denn ich glaube, wenn erst einmal diese psychologische Hürde überwunden wurde mit 100k, überlegt mal, 100.000 Dollar je Bitcoin, dann ist es meiner Meinung nach auch nicht mehr so weit zu 220.000, denn das wären dann ja nur noch etwas über 100%. Auch hier hat er das Ganze nochmal in gewisse Pattern aufgeteilt. Wir sehen also jetzt gerade so die Halving-Phase oder das, was davor stattfindet. Da haben wir dann immer Aufs und Abs und Seitwärtsphasen. Und dann gibt es die Vorbereitung auf die Phase 3. Und das ist die, so nenne ich sie einfach mal, die pure Eskalationsphase. Das ist die Phase, wo sich Angestellte gerne mal krank melden, weil sie einfach nicht von zu Hause weg wollen, wollen am Bildschirm bleiben, wollen proaktiv dabei sein und verdienen wahrscheinlich in diesen Tagen mehr als mit dem normalen Job. Also ich freue mich schon sehr darauf und ich glaube, wir haben es uns alle verdient, denn wir sind ja jetzt schon viele Jahre in einer Phase, wo es nicht wirklich geil lief. Und von daher freue ich mich schon darauf. Hier nochmal eine schöne Grafik, die das ebenfalls nochmal bestätigt. Ihr merkt schon, da wiederholt sich alles. Und natürlich können sich die ganzen Analysten irren, denn sie folgen jetzt einem gewissen Leitbild. Ja, und wenn das natürlich aus irgendeinem Grund ganz anders kommt, aus was für Gründen auch immer, Black Swan, totale Überraschung oder wie auch immer, dann ist es halt auch so. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch nicht alles madig reden, wenn die Zeichen gut stehen. Ich meine, wenn wir uns die Charts anschauen, gibt es eben gewisse Übereinstimmungen, die wir immer und immer wieder finden. Es sieht sehr, sehr gut aus und von daher kann man auch durchaus mal optimistisch in die Zukunft blicken. Hier nochmal der Breakout-Moment, den wir auch schon durchlaufen haben. Und nach diesem Breakout-Moment kommen wir in der Regel bis auf vielleicht den einen oder anderen Test. Hier sieht man es hier mal ganz ein bisschen. Hier ist ein kleiner Test gewesen und hier ein etwas größerer Test. Sehen wir aber eigentlich, dass wir danach mindestens über dem Niveau bleiben, vor dem Breakout. Vor allem aber gerade mit Blick auf das Jahr 2025 eine richtig schöne, lange Anstiegsphase erleben. Und die letzte Übersicht, bevor wir zu den Ripple News kommen, ist ebenfalls nochmal eine, wo wir sehen, dass gewisse Muster wiederkehren. So sehen wir hier rot eingezeichnet mal gewisse unvorgesehene Ereignisse, also Crashs in diesem Fall. Und dann sehen wir quasi den Punkt, bevor der Ausbruch stattfindet. Der Analyst hier ist der Meinung, wir würden kurz davor stehen. Ich glaube, wir werden erst nach dem Halving davor stehen. Ich glaube eher, dass wir jetzt Richtung Halving nochmal einen schönen Test, Richtung 50 sehen. Dann eher eine Seitwärtsphase, eine Abkühlphase. Vielleicht auch nochmal eine ordentliche Korrektur. Dann geht es ins Halving. Dann gibt es vielleicht ein paar Tage vorher nochmal ein bisschen FOMO. Aber nach dem Halving selbst, kann man erfahrungsgemäß sagen, geht es dann eher seitwärts weiter. Und dann irgendwann. Dann kommen die ersten krassen Impulse. Und dann geht es plötzlich ganz schnell. Ja Freunde, Ripple-Partner SBI Holdings beschließt bedeutende Kollaborationen mit weltgrößter Erdölgesellschaft. Ja, SBI Holding, einer der ersten Investoren in Ripple beziehungsweise in das ganze Projekt mit XRP, war SBI Holding. Der CEO von SBI Holdings, Ki Tao, hat regelmäßig positive Worte für Ripple und XRP übrig, glaubt sehr stark daran und geht auch davon aus, dass XRP eines der bedeutsamsten Assets dieser Welt sein wird. Dementsprechend sehr interessant. SBI Holdings, das Finanzglomerat und bedeutender Partner von Ripple, kündigt eine wegweisende Zusammenarbeit mit der weltgrößten Erdölgesellschaft Saudi Aramco an. Wow. Allerdings steht nicht der Rohstoff, sondern digitale Assets und Krypto-Startups im Mittelpunkt dieses Bündnisses. Ziel sei es, neue Möglichkeiten für die florierende Branche rund um digitale Assets zu schaffen. So planen die beiden Unternehmen unter anderem Halbleiterfabriken sowohl in Saudi-Arabien als auch in Japan zu etablieren. Hier ist natürlich Stand jetzt keinerlei Rede von XRP, aber allein die Partnerschaft, allein die digitale Zusammenarbeit wird wahrscheinlich früher oder später mit dem Reifen von XRP auch dazu führen, dass eben ein weiterer Use Case bereits lauert, wo XRP denn eingesetzt werden könnte. Kommen wir mal zu unserem Freund und Krypto-Milliardär Mike Novogratz. Er hat nämlich sehr, sehr häufig in verschiedensten Interviews gegen Ripple und XRP geschossen, zentralisierter Shitcoin oder was er nicht alles so von sich gegeben hat, so in der Art zumindest, ja. Großer Bitcoin-Sympathisant, wenn nicht sogar Bitcoin-Maxi, mittlerweile deutlich breiter gefächert mit verschiedensten Unternehmen, unter anderem mit Galaxy, ist er halt extrem auf das Thema Digitalisierung forciert und hat jetzt tatsächlich mal zurückgerudert, was seine Meinung zu XRP betrifft. So sagte er, ich war skeptisch, dass XRP eine dauerhafte Macht haben würde, da Ripple 60% davon besitzt, jetzt schon 50% oder 50% und ich dachte, das scheint einfach kein Vorschlag zu sein, der funktionieren wird. Und ich habe völlig falsch gelegen. Hut ab vor Brad Garlinghaus, dem CEO von Ripple und seinem Team. Ripple ist mittlerweile eine Institution. Die XRP-Army ist real. Sie kümmern sich um ihr Ökosystem und ihren Coin. Im selben Interview äußerte Novogratz auch Zweifel daran, dass Bitcoin jemals als Währung für Einzelhandelstransaktionen verwendet wird. Ich glaube nicht, dass Bitcoin jemals eine Währung sein wird, mit der wir Pepsi-Cola kaufen. Es fing an und die Leute kauften damit illegalen Scheiß, aber niemand kauft Sachen mit Bitcoin. So viel die Leute auch über Lightning und andere Dinge reden werden. Ja, sie werden vielleicht die Infrastruktur nutzen, aber sie werden Bitcoin nicht als Transaktionswährung verwenden. Ich musste ehrlich gesagt zwei, dreimal prüfen, ob hier nicht irgendwo Satire steht oder irgendwie sowas wie April, April. Aber nein, es scheint wirklich ein sehr aktuelles Interview zu sein von Novogratz, wo er tatsächlich eine Meinung widerspiegelt, die von uns hätte kommen können. Also nichts gegen Bitcoin. Ich finde Lightning total die coole Idee, aber am Ende ist Lightning einfach ein Second Layer. So sehe ich das einfach. Und Bitcoin selbst kann eben das Problem mit der Skalierbarkeit nicht lösen, da dann die Sicherheit, die hier im Vordergrund steht, darunter leiden würde. Also ich gehe voll mit ihm, dass zumindest mit heutiger Sicht es sehr unrealistisch ist, dass Bitcoin tagtäglich als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Eher, und dafür hat er auch schon sein Namen weg, eher als digitales Gold gesehen wird, also zur Wertspeicherung. Aber gut, da könnt ihr auch mal gerne in die Tasten, und ich weiß, einige von euch sind ja auch sehr starke Bitcoin-Sympathisanten. Finde ich cool. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu. Glaubt ihr, dass Lightning in den Big Chain springen wird? Oder glaubt ihr, irgendein anderes Projekt oder vielleicht ein Stablecoin oder so werden das Rennen machen, wenn es um Zahlungen geht? Ripple verlängert die endgültige Treuhandfrist bis 2027. Das habe ich jetzt gefunden, das ist schon ein paar Tage alt. Aber da geht es nochmal darum, inwieweit Ripple jetzt eigentlich schon durch sein müsste mit diesem Escrow. Aber dadurch, dass sie regelmäßig immer wieder so viel zurücktun, verlängern sie automatisch die Frist. Sehr positiv. Dementsprechend haben wir noch mindestens bis 2027 diesen Escrow. Aber wenn Ripple so weitermacht wie jetzt, so haben sie jetzt zum Beispiel wieder von den 1.800.000.000 zurückgepackt, dem wird es wahrscheinlich noch deutlich länger dauern. Ich denke auch, diese Escrow-Geschichte, das ist nichts, wo Ripple sich bei uns jetzt großartig beliebt machen möchte, sondern viel eher bei den Institutionen, bei den Banken und bei all denen, die eben das Ganze sehr skeptisch sind, dass Ripple sehr viele XRP besitzt. Insgesamt mal wieder sehr, sehr geile News und ich glaube, hätte es irgendein anderes Projekt getroffen, wo auf einmal irgendwie indirekt oder direkt mit Aramco-Connections stattfinden oder ein Milliardär wie Novogratz zurückrudert. Ich glaube, da wäre ein bisschen Action im Kurs. Bei XRP leider nicht. Aber glaubt mir, Freunde, irgendwann können wir mal wieder das Lineal anlegen und eine grüne Linie nach oben zeichnen. Bis dahin bin ich für euch alle da. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Denkt dran, morgen Abend, die genaue Uhrzeit werde ich nochmal posten, bin ich live mit einigen anderen Krypto-Experten bei Twitter. Da gibt es dann so ein Space. Könnt ihr gerne zuhören und euch mal den Krypto-Talk geben. Bin ich schon sehr gespannt. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Bleibt mir gesund. Und bis bald. Ciao. Ciao.